Hey Leute, willkommen zurück zu Portal 2 Coop. Hier ist wieder dein Erox und ich glaub, der hat wieder nur Dummheiten im Kopf. Oder? Und ich klau dir jetzt deshalb den Kopf! Ah, mein Kopf! Nein, mein Kopf! Alter, trepp mich noch mal und du kriegst dann... Was? Ich hab dich nicht getreten. Das warst du. Da glaub ich dir jetzt deinen Kopf. Guck mal wieder. Kennst du die komischen Figuren, die man nicht umstumpen kann? Genauso ist dann der Körper auch. Der wackelt dann da so rum. Oh, okay. Jetzt lass uns mal gucken, wo ist denn die 3? Da oben. Ja? Wo? Da oben. Siehst du mich? Nee. So, schau mal, wir sehen sogar unsere Schrittentfernung. Du bist mehr gelaufen als ich. Ja, siehste. Was? Guck mal, wir haben 648 Kollaborationspunkte zusammen. Okay, oder? Ja. Du hättest jetzt eigentlich volle keine runterknallen müssen. Ja, ich hab's gesehen, was da gestatten ist. Flutlichtoberflächen, okay. Heißt der jetzt so oder heißen alle so? Nein, mein Kopf! Nein, das ist meiner. Oh mein Gott. Ich verkauf die jetzt bei Ebay. Ey, den Kopf wieder her. Flutlichtoberflächen. Aha. Aha. Wo ist der Fehler in der Matrix? Muss noch mal ganz kurz Pause machen. So, weiter geht's. Sorry, ich musste kurz noch mal Pause machen. Du kriegst mich nie! Muah. So wüsste. Ich seh's ja mit Tab. Ich bin echt ein bisschen verschrocken. Nein. Haha. Yay! Party! Ich kann keine Emotes machen. Warum kann ich keine Emotes hier drin machen? Hm. Deine Kammer ist schlecht. Hä? Aha. Äh, ich konnte mich eben nicht mehr bewegen, okay. Okay? Ist komisch. Ja. Wahrscheinlich hab ich zu lange hier drin gestanden und da wollte er schon nicht mehr. Da wollte er schon wieder demontiert werden. Hat er keinen Bock mehr gehabt, kräftig. Ja. Was sagst du eigentlich dazu, dass man im Shop hier für echtes Geld die bisschen aufmotzen kann, die Roboter? Also ich find's ja eigentlich ne Frechheit, ne? Also ich find das hier so genial. Ich hab jetzt schon mindestens 500 Euro dafür ausgegeben. Ja Leute, kauf dir die Klamotten. Das ist wunderbar. Ne. Ja, ich weiß nicht. Also ich zahl doch keine 7 Euro für so ne blöde Hornbrille. Naja. Hä? Wieso oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen? Wie sieht's irgendwie... Ah, guck mal, da bin ich jetzt gerade in der Kampagne. Das sind diese komisch, genau. Da bin ich jetzt gerade, siehste? Okay. Diese Lichterstraßen. Also, also Leute, so hier, wie jetzt hier die Inneneinrichtung ist, so sieht's auch bei Brug an der Wohnung aus. Ja. Da ist meine Katze dann schuld. Der Boden wird als Toilette benutzt und der Rest ist alles zerstört von Katzenkrallen. Komm hier her. Stell schieß es mir. Ja, ja. Ich seh's. Ich seh's. Ja, das find ich cool mit diesen Dingern. Das gibt wieder ganz neue Rätsel. Oh, warte. Das mach ich. Äh. Bringt aber nichts, weil wir müssen da wieder hoch. Aha. Ah, siehste, da müssen wir jetzt... Äh. Da müssen wir im Team arbeiten, genau. Du machst hier erst eine Straße, ich mach die zweite. Bist du noch da vorne? Ja, ich bin, ähm, am Ende des Raums. Hä? Bin schon am Ziel. Ach, du hast ja selber ein Portal hochgeschossen wahrscheinlich. Nein. Du hast ein Portal hochgeschossen. Wie bist du da hochgekommen? Ach so, ich bin so blöd. Ja, das bist du. Ja, ich bin gerade wieder total verpeilt. Warte. Ich komm rüber. Ja, da muss man wieder umdenken, ne? Das fand ich in der Kampagne auch blöd. Da bist du so weit und auf einmal so, mh. Ach, Puga. Waren wieder Rätsel, da hast du dir echt an den Kopf gegriffen, weil du dachtest, ja, das ist doch so einfach. Du hast aber ganz schön schief gesetzt. Naja. Ja. Ich will mich nicht beschweren. Hauptsache ich komm hier rüber. Fang. Springst du nochmal auf meinen Kopf, musst du still bleiben. Warte, nochmal die Kamera auslachen. Langsam müsste man das Achievement doch kriegen, oder? Das ist doch in fünf verschiedenen... Ne, Moment. War das in allen fünf Kapiteln? Oder war das nur in fünf verschiedenen Testräumen? Nein! Wie das jetzt auch im Fokus ist von der Kamera. Bam. Das macht man aber nicht. Man tritt keiner Frau dahin. Ja, echt mal. Böser Prüfer. So was. Ich kann das ja nicht beeinflussen. Oh man, Jimmy, Jimmy. Ach so. Wo bist du hin? Ach da. Ah, guck mal. Da musst du wahrscheinlich in den letzten Sekunden ein Portal setzen. Aber wie... Hä? Wie willst du das machen? Wenn du da durchschlägst, ist doch alles automatisch weg. Richtig, deswegen musst du das einen Portal machen. Warte mal. Jetzt muss ich irgendwo noch eine Wand finden, wo ich ein Portal... Nein. ich kann ja auch nicht weiß ich kann ja ich kann ja da nicht durchschießen deswegen ich hab einen plan mit zufrieden ist das aussieht da ist das was werden drunter fest musste das aneben ist das ist ja weg ich muss das setzen weil du kannst es ja weg würde da oben durch fliegs besser richtig siehst du jetzt kannst du darüber und was ist ein schotten schulbarer da oben ne warte ich muss zu den schalter und so genau setzt immer da eins rüber dass du da mir geht ja gar nicht aber ich kann halt warte ich hab ne idee ja irgendwie musst du da in den schalter genau und dann tu dein portal bitte weg machen welches das blaue er das blaue das dunkelblaue als die leute ok scheiße das ding ist immer noch da deswegen das ist da immer weil irgendwie musst du nämlich hier unten warte warte bleib da oben oder so schaffst du das ja sowie hallo ok was hast du jetzt aktiviert im ball und jetzt muss ich hier rüber der fall muss jetzt darf den schalter da oben ja das heißt wir haben das jetzt gerade eben gemacht also ne warte ich genau mach dir wieder eine brücke oder ich mach dir beziehungsweise mit meinen portalen die brücke richtig oder ich mach das so ah nein das geht ja nicht die werden ja ne warte ich mach das so muss ich den ball nehmen warte ich muss das mal den ball mitnehmen ne 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 den schieße ich hier hoch ich schieße das so schräg ich nehme auch mit ich will mitnehmen ja oder so der verschwindet oder der verschwindet doch guck der geht kaputt ist doch scheiße stimmt den schieße ich hier dann hoch warte ich setze das so ein bisschen schräg dass dort rüber lenken musste aber dann müsste es eigentlich gehen so guck mal schaffst du das kannst du da rauf lenken sehr gut jetzt schieße ich den ball hoch ich bin verbaut ne 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 warte ich schieße ja den hoch geh noch mal ach so mein das reicht nicht das reicht nicht probier einfach mal komm mal hierher ich glaube das geht nicht oder kann ich den schmeißen irgendwie spring einfach mal ne ich kann nicht hören die klein schalte auf dem nisch stattdessen schule ich will sowas was zu er hat da diese schäler diese komischen schuhe so wie meintest du das jetzt er kommt nicht ich springe zu hoch auf der plattform und das wird bei der ball da du musst als was so rechtzeitig vom timing 3 2 1 die ersten nein jetzt scheiße verfahren auch unter wegen meinen scheiß dingern richtig da musst du noch mal selber die die er hinschießen die diese straße da Lichter Lichter ja scheiße ich wollte nur noch nicht so gut okay machen wir so du gehst wieder hoch ich geb dir dann den ball so du kannst irgendwas fieses wenn er Prozent man macht jetzt selber mal eine Brücke also geschießt erst nene so bisschen nebendran noch mal das war klar überspringen kann es praktisch stimmt was dann hast du noch mal deine eigene straße und dann kann ich nämlich da hoch springen und das meine verschwindet wenn ich da oben durchkommen wenn ich das so nene du musst dabei springen oder? schaffst du das? ne das geht ja nicht weil jetzt machst du es wieder weg richtig guck mal jetzt oder soll ich mal versuchen dann machst du mir die Portale ne warte so genau genau jetzt springst du halt und schießt dabei oben das rote wo ich mein lilanes jetzt hab genau und jetzt kann ich hoch und dir den ball geben und dann ja müsstest du eigentlich rüber auf die Plattform können Achtung wollen wir ein bisschen zu mir so die Richtung gut und ich hab fallen gelassen jawoll und ich bin auch drauf perfekt deine Biete ist so schlecht hehehe huah seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen ich gebe euch an die eine deine Kamera ist schlecht nein meine Kamera ist sauber guck sie an kein Fleck diese Orange sieht so scheiße aus guck mal deine an hier ist wunderhübsch und was sollen die was sollen die nackten Weiber an deiner Wand hier das geht niemand was an wieso sind die auf einmal weiß geworden grad eben hehehe ok aber müssen wir mal auseinander gebaut werden ich will das grob ich will nicht auseinander gebaut werden Huga das ist doch wie im richtigen Leben hä ich bin aber echt mich kann man nicht auseinander bauen es tut weh deswegen musst du jeden Abend deine Schrauben zurecht drehen hehehe die sind immer locker da kann man nichts festreden es geht aber ich hoffe diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht ich glaube die alte hat zu viel ich glaube ich weiß wie was machen müssen wo man die Portalen so da warte kann ich da drüben durchschießen ne aber du mein Freund wir müssen uns jetzt hinstellen wir müssen uns jetzt hier ein Portal machen ne stell dich jetzt hier so drauf und jetzt mach mein Portal weg ach das meinst du ja ja ich verstehe und jetzt musst du wieder oder da eins hinschießen da vorne ne hier da die Wand kannst du glaub ich die ist heller oder genau jetzt zurück da 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 boah jetzt hab ich leck okay oh nein yay ach warte warte guck mal kommst du da schon drauf lass mal synchron springen dann kann ich uns nämlich immer so ein Stück höher schießen nein wow ah sag doch was bist du auch gestorben scheiße ja lass mal nochmal ne das hab ich in der Kampagne auch gemacht da kannst du nämlich immer springen ein Stück höher schießen und so kannst du dich dann ganz nett hocharbeiten ne warte bleib du doch einfach stehen dann können wir das abkürzen muss müssen wir nicht immer beide hin dappen so und so jetzt kannst du gehen schießen jo ne ne jetzt können wir beide mach bei jetzt muss ich nämlich Portale so geht rauf lass mich machen nicht schießen Achtung ich sag's an 1 2 3 spring 1 2 3 spring 1 2 3 spring warte ja noch eins 1 2 3 spring 1 2 3 spring genau das war's schon so einfach jetzt geht die Tür nicht auf wahrscheinlich oder ich muss erstmal wieder hier hochkommen ne ich muss erstmal wieder hier hochkommen ja mach jetzt die Tür geht nicht auf guck mal du bitch ja weil ich bin ich da bin sehr gut gemacht ihr habt nur ein mal in diesem Test versagt nicht dass das wichtig wäre also Glückwunsch zur Bewältigung der Aufnahme ach so die sagt dir nochmal ab und zu wie oft man gestorben ist ja die würden's doch noch machen ja ich glaub's auch ach komm wir sind einmal gestorben hallo ey aber ich seh schneller aus als du ich hab nen Hut auf und du nicht guck dich mal an wie du nur aussiehst alter was ich cool finde da gibt's ja nen Zylinder aber der kostet halt Geld und ich will mir nichts für Geld hier kaufen also außer das Spiel selbst ach komm kostet doch nur 500 Euro ne ich find das irgendwie ne ich glaub die ganze Box kann man ja für äh 50 oder noch hier ist alles in der Zeit ist trotzdem abzocken ganz ehrlich man kann Pflanzen nicht testen wir haben es versucht sie halten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht ok unwissenschaftlich jui hallo ne warte mal ich setze mal meine noch ach hier geht's nicht he he ich hab das gesehen ja du Arsch mit Ohren sorry da muss euer Versagen erinnert mich an wundervolle Dinge erinnert mich an wundervolle Dinge so nein ich hab's überlebt guck mal ich kann genau in den Portalen drin stehen oh jetzt hab ich jetzt läuft mir die Nase guck mal hier ist ein Schalter warte was macht der ah schau mal Platsch ne warte ich mach dir da Dings kannst du dir ein schnappen eigentlich nein oder? ne warte tu mal bei meinem Portal machen achso ja ich seh das so blöd von der Optik so jetzt wenn du den jetzt weg machst ne ne achso ich dachte der fällt vielleicht drauf hier dass man selber sogar abholen könnte so ähm okay jetzt musst du glaub ich irgendwie dir selber deine Straße hochlegen oder? ne geht auch nicht irgendwie müssen wir jetzt höher kommen nimm mal ja ach die Nase läuft nicht gut geht das? kommst du da ach guck mal hier oben genau ich hab Whitescreen Whitescreen was du hast Whitescreen? ja das ich glaub komplett weiß also das ist blöd wollen wir noch mal kurz Pauseaufnahme oder? ja statt mal spielen ok dann bis gleich dann bis gleich dann bis gleich